So, so, so YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Foundry. Ja, wir sind wieder hier. Und ich habe ein bisschen was umgebaut, ist aber noch nicht ganz fertig geworden. Und zwar haben wir ja geplant, dass wir in Zukunft mehr Strom brauchen, weil wir ein Stromproblem haben. Und dementsprechend will ich hin zum Strom. Hm, und das wollen wir über Wege machen. Mhm, und ihr seht schon unten links, ich baue schon 1100 und wir haben schon 500, 600. Dann kommen wir wenigstens ein bisschen weiter. Aber, ich habe hier auch schon was gebaut. So. Das ist sehr lang, der Weg, nicht? Und lang und länger und am längsten. So, 600 haben wir schon. Ich habe hier übrigens schon eine Schneise geschlagen. Ach, und wir haben ja jetzt den Bergbohrlaser. Vielleicht muss ich den hier zum Einsatz bringen, nicht wahr? Aber erst mal durchkämpfen. Oh ja. Wir werden dagegen hauen, nicht wahr? Naja, gut. Dann... Wo ist er? Da. Und da kommen wir doch durch. So. Erst mal bis da. Ah, schon einiges. Okay. Aber so viel schneller ist er jetzt nicht wirklich. Hm. Hätte ich irgendwie noch krasser gefunden. Aber vielleicht ist er auch nur ein Eindruck, dass es nicht so schnell läuft. Hm. Aber wir fräsen uns da einfach durch. Und dann ist das gut. So, mal ein bisschen... Ja, nicht ein bisschen runterkommen. Entspannen. Entspannen. Abbauen. Ich hoffe, unser Inventar ist nicht gleich voll. Okay. Okay. Au. Ist noch eins tiefer oder zwei? Uhu. Hm. Hm. Das könnte eng werden. So, so. Oh, Mann, Leute. Das ist schon wieder ein halbes... Bergprojekt hier. Ich hätte ein bisschen weiter links ankommen sollen. Das sah vom Weiten so aus, als ob wir durchkommen. Ah, das hier lag im Nebel. Als ich angefangen habe. Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, alles nochmal neu zu bauen. Hm. Naja, gut. Vielleicht sind wir voll. Jetzt sind wir voll. Ja. Shit. Nicht gut. Ja, dann müssen wir eigentlich komplett zurück, nicht wahr? Hier sind auch noch ein paar Kisten. Ah, das Jetpack wäre vielleicht hilfreich an den Stellen. Na gut. Dann steckt nicht in einem drin. Oha, Forschung abgeschlossen. So, können wir irgendeine Effizienz verbessern. Tiefenpumpe. Abbaueffizienz. Extra-Gegenstände schöpfen die Arter nicht leer. Klingt gut. Erforschen wir das. Okay. Ja, wäre gut, wenn man schräg laufen könnte. Man könnte natürlich immer... Aber da baut man ewig dran. Und es müsste in etwa dann drei breit sein. Aber so ist natürlich scheiße. Oder in kleineren Steps vor rechts, vor rechts, vor rechts. Und andererseits geradeaus laufen ist insofern... Oh, wir müssen da drüben ran von hier. Ein bisschen einfacher. So. Schon mal gut. Und da gehen wir zu unserem Baby-3-Freund. Wir haben einfach zu viel im Inventar. Das ist ein großes Problem. Oh, wir haben noch so viele davon. Ich glaube, wir können das ablegen. So. Okay. Und inzwischen sind auch neue Platten da. Na, guck mal. Ganz wunderbar. Es war noch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und dann haben wir 1.500. Könnte klappen, oder? Ich muss so oft hier lang. Ich glaube... Die Frage ist, ist das auf der richtigen Höhe? Hmm. Wahrscheinlich nicht. 1 zu tief, oder? Was sagt ihr? 1 höher. Ja. Jetzt haben wir es. sehr gut ich muss so oft darunter das macht einfach sinn und dann müssen wir wieder nach vorne laufen das macht unser scanner eigentlich es kennt ja pro sekunde irgendwie ein kästchen aber bisher habe ich da noch kein ergebnis er hat auch zu wenig strom nicht das war das problem deswegen wollen wir auch strom bauen ja gut wir können auch solarmodule jetzt bauen leiterplatten energiezelle glaszenopheritplatten fortgeschrittene maschinenteile haben wir alles da und die liefern wie viel 650 es liefert hier 3,6 650 werden 3 6 5 18 6 36 in etwa also fünf komma lang war 6 weiß jetzt nicht ob das so viel besser ist andererseits ist das nicht nachhaltig nicht das ist natürlich unendlich verfügbar hmm so 1300 noch 700 meter wir haben gerade mal die hälfte geschafft warum haben wir unseren alten zigzag damm noch 1000 800 oh oh aber wir kommen schon gut voran wenn wir wenigstens übers wasser kommen damit wäre schon super hilfreich oh oh ich habe miss gebaut zack für einen meter noch wir sind müssen noch ein stück der höhe wäre perfekt glaube ich dann vielleicht sogar auf der höhe dann würden wir jetzt da ankommen na gut 400 und bäume im weg aber hier kommen wir gut rüber schon bis zu 300 meter ran 200 200 noch 61 29 und vorbei aber hey fast bis rangekommen ein paar bäume noch wegnehmen auf dem weg die stören auch massiv nicht wahr und so hier würden wir auf jeden fall super rüber kommen oh ich habe hier sogar eine brücke gebaut damals nicht so lange waren wir nicht hier ich guck mal hier guck mal hier ist immer noch genug das ist gut Lager ist noch voll das ist auch gut und einer von den dingen ist nicht angeschlossen gewesen ok hier kann man noch nichts ändern man könnte den treibstoff ändern wir könnten also versuchen ignum pulver anstatt ignum da rein zu werfen ah hätte ich mal mitgenommen ja der braucht ja nur grundsätzlich hm ok interessant hab ich jetzt nicht dran gedacht ok einer ist nicht angeschlossen der hier kabelverbindung ging nicht ok das war das problem warum aber zudem warum aber zudem ah nee weil ich da noch ein extra ding hatte kann sein dass die alle waren damals wir dessen keinen anschluss hatten so jetzt haben wir erstmal schon mal 3,6 mehr ja ey f zack da wollten wir hin so und hier müssen wir abbauen okay so wir die Oh, Sand geht schon schnell. Ah, es ging auch vorher schnell, nicht? Sand war am besten. Oh, ich hoffe, wir haben noch genug Wasser. Sand. So, haben wir das schon mal freigelegt? Wobei das hier gar nicht notwendig wäre, nicht? Hm. Weg ist es. So, 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 so. Ja, ein bisschen Geschwindigkeit hat das Spiel jetzt rausgenommen, nicht? Also, so bis, bis zu diesem Vierer-Level war es ganz cool, nicht? Man hat Fortschritte gemacht, aber jetzt so, das ist alles sehr zehrend. Aber jetzt scheint es erstmal zu klappen. Aber trotzdem, gut, das hier ist halt unnötig, aber habe ich halt falsch, an die falsche Stelle gebaut. Gut, kann man so sehen. Aber trotzdem ungünstig, nicht wahr? Okay. Okay. Puh, also dort auch mit dem Bergbau-Laser noch viel zu lange, nicht wahr? Ich hätte gedacht, das geht sang, 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 sang. Aber ich glaube, da wir auf der anderen Seite, obwohl, da haben wir jetzt... Ja, stimmt, da müssen wir noch einen Anschluss für genau die Seite haben, nicht wahr? Das passt, ja. Aber auf der anderen Seite funktioniert es ja auch. Aber auf jeden Fall mehr Reserve... ...was Strom angeht. ... So. Das war ein ganz schöner Block. Ich weiß nicht so richtig. Vielleicht ist der Bergbaulaser wirklich nur bei Bergbausachen schneller. Aktuell wirkt er nicht schneller, nicht wahr? Aber da haben wir auf jeden Fall Strom. Wir haben dann wieder mehr Ruhe. Der Funkturm funktioniert dann. Dann funktioniert der Scanner. Ach, genau, der Scanner. Leute, wir haben es. Ich hoffe, ich habe genug Dinger mit. Ich glaube nicht. Wir müssen die ja eh nur auf dem Level hier haben erstmal. Okay, schon mal gut. Noch zwölf. Okay. Okay. Wir machen drei. Eins. Hm. Wo habe ich sie? Ohr. Das. Und das. So. Die vier. Und hier war es wichtig, die so rumzudrehen. Ich habe nur zwei gebaut. Okay. Und hier ist wichtig. So rum. Oha. Aber diese großen Dinge zu platzieren. Wir müssen sich echt was einfallen lassen. Zeit. Man kann auch hier. Ich bin nicht das markieren, was man möchte. Auch schade. Mann, der muss noch mal weg. Hupsi. Die sind falsch rum. Oh Mann, der hat die gedreht. Oh Mann, ich hasse es einfach. Einfach bescheuert. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Okay. Ran. Ran. Funktioniert auch schon. So, hier machen wir einen Teiler hin. Und zwar für beide. Und ran. Und ran. Und ran. Verbindung ungültig. Und ran. Dann halt so. Geht ja auch. Und das Ding kommt zwei weiter vorne hin. Weiß nicht warum. Aber hier. So, Treibstoff ist da drin. Jetzt ist so die Sache, die würden mehr bekommen als die da hinten, nicht wahr? Eigentlich bräuchten wir noch einen Teiler hier vor. Boah. Ja. Aber das erst, wenn die anderen beiden da sind. Na gut. So haben wir das immer gemacht. Okay. Okay, also... So. Wir wollen hier ran. So, das haben wir. Und hier machen wir in weiser Voraussicht schon den Dreier hin. Und dann sollten die hier laufen. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Strom angucken. Wo ist das? Wo ist denn der Stromanschluss hier? Ah, hier gibt es gar keinen. So, dann gucken wir halt hier in die Netzattribute. Jetzt haben wir genug Strom. 14 Dinger. Sehr gut. 14 mal 3,6. 50 haben wir jetzt. Aber 39 bis 40 werden verbraucht. Uuuuh. Okay. Sieht doch aber erstmal soweit gut aus. Ich hoffe, das hier reicht jetzt noch. Oh. 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 Das reicht nicht mehr. Oder? Das reicht nicht mehr. Es läuft leer. Das reicht nicht mehr. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Shit. Und ich kann nicht weniger. Okay. Okay. Ah, kacke. Achtung. Okay. Maschinenteile. Maschinenteile. Da. Okay. Sand kann weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. 600 sollten doch reichen für den Rest. Und für die Dinger brauchen wir was noch. Leiterplatten. Und elektronische Komponenten. Die haben wir hier hinten auch. Abbrüfe jetzt erst bei 42 Prozent. Okay, aber das können wir wieder ablegen. Das brauchen wir nicht mehr. Das sind die Sachen, die wir wieder mitnehmen können. Einen können wir schon mal bauen. 1,6 Kilometer. Wollen wir noch zum Turm rüber? Ja, nicht. Dann können wir da schon was in Auftrag geben. Bevor ich jetzt zwei Kilometer wieder wegrenne. Das dauert eine Weile. Ich frage mich, was der da noch handelt. Oder baut der immer noch? Das kann natürlich sein. Aber ich sage mal Prost. Einen Schluck trinken. Für genau diesen Fall, dass ich runterfalle, habe ich diesen Aufgang hier gebaut. Warum bin ich denn da gerade runtergesprungen? Aber ich dachte, von Nioh schaffe ich es rüber. Kommunikation öffnen. Ich baue mal eins davon. Und wir gehen noch zum Scanner. Und wir brauchen nämlich das hier. So, und du hier. Scan Tempo 200. Scan Reichweite 100 Quadrat. Wie viel hat er geschafft? In jede Richtung 100. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Also bis hierhin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bis hierhin. Ja, die Frage ist dann, dann wird das so ein Kreis werden. Hm. Er steht doch genau auf dem Kreuz. Mal gucken. Jetzt müssen wir wieder nach innen laufen. Wir könnten... Wo geht der Weg lang? Da oben. Dass wir uns hier... Weil wir hier ja öfter rankommen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist ein anderer Weg. Das hätte ich mir mal merken können, nicht wahr? Noch zwei. Macht Sinn, oder? Noch zwei. Ich mach erst mal eine Seite. Oh, ich glaub wir haben's... ...geschafft? Nee, ist zu hoch eins. Okay, wunderbar. Oh, das war in die falsche Richtung gelöscht. Naja, Details. So. Funktioniert. Funktioniert. Oh Mann, das ist so eine Folge, nicht? Einfach nur laufen. Da ist nix los. Wir warten. Apo-Effizienz wird erforscht. Die Basis wird erforscht. Aber voran geht irgendwie nix. Und ihr sagt gar nix. Meine Haare sehen wieder aus. Ich weiß nicht, ob 400 Reichen könnten da noch 64 herstellen. Wir gucken aber erst mal. Oh Mann. Ah, hier ist noch ne Lücke. Oh Mann. Ah, hier ist auch ein Teil. 192 okay ich stelle die 50 doch mal ja und jetzt muss man hier noch runter ich habe das reicht okay jetzt kommen wir jederzeit hier auf jeden fall erstmal hin doch schon mal gut jetzt müssen wir das hier noch wir gucken mal hat sich eingepinnet vielleicht geht immer noch runter wir haben immer noch was im inventar das will ich hier rein damit ich es los werde ach so das ist weil ich die dinge von abgerissen hat okay wir werden das umbauen müssen okay okay wir haben halt mehr reichweite mit dem nicht aber ich glaube der ist nicht wirklich schneller vielleicht können wir den einen mich hier hinten hinsetzen und einem vielleicht eher in die richtung okay put 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 So. Okay. Aber wir kommen da noch nicht ran, nicht? Wir brauchen mindestens drei. Boop, boop, boop. Und die Folge wird wieder unendlich lang. Aber das will ich noch abschließen. Oh, das ist echt Trance, nicht? Also ich... Mein Kopf ist einfach leer, wenn ich das auch hier mache. Oh, so. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Falsch rum. Okay, alles schon mal ausputt. Sehr gut. Na. Rum. Raus. Oh, wir haben nur drei. Vier. Ach, da ist kein Fundament, nicht? Hm. Oh, shit. Das Ding... Hm. Okay, da kommt echt viel und sehr lange was raus, nicht? Shit. Okay, das macht keinen Sinn. Das machen wir mal so. Aber das will ich gerne. Und am wenigsten hier haben. Was spannend wird, ist das jetzt hier. Ich glaube, wenn ich die beiden zusammen mache... Hm. Okay, aber der... Der ballert hier richtig raus, weil er so dicht dran ist, nicht? Die anderen sind zwar dichter. 66 pro Minute. 131 pro Minute. 84, 90 pro Minute. 90 pro Minute. Okay, der braucht auf jeden Fall einen eigenen. Die anderen können zusammen. Händen könnte noch einer hin, wenn es nicht reicht. Wir gucken. Er ist plus, minus, null, nicht? So, ganz leicht. Plus. Das ist aber okay. Wobei es irgendwann ein Minus wird. Aber ich habe nichts mehr zum Bauen. Na gut, ich würde sagen, wir haben das... ...erst mal gerettet. Wir haben ein bisschen Strom. Und ich hoffe, ...das wird... ...erst mal für eine lange Zeit reichen. Bis zur nächsten Folge. gravier's. ...